Individuell einsetzbar und beweglich zeigt sich der mobile Hubtisch SHWE 35 mit Doppelschere. Dieser mobile Hubtisch verfügt serienmäßig über einen elektrohydraulischen Hub. Mit seinem 800 Watt starken Hubmotor können Sie dynamisch und sicher lasten bis 350 kg komfortabel auf eine Plattformhöhe von 1300 mm anheben. Bei einer Mindesthöhe von 370 mm ist der SHWE 35 ganz praktisch und problemlos zu beladen. Auf der großzügigen Plattform mit 910 mm Tischlänge und 500 mm Breite verfahren Sie Ihre Waren bis 350 kg leichtgängig manuell. Passen Sie die Tischhöhe Ihrem ganz persönlichen Bedarf an. Über die Bedieneinheit am Handbügel können Sie die Last bequem und feindosiert heben und senken. Zur Serienausstattung gehören natürlich das integrierte Ladegerät mit Ladestandsanzeige und ein Notausschalter. Zwei Lenkräder mit Fußschutz- und Radfeststellern und zwei Bockrollen sorgen für eine optimale Standfestigkeit und einen sicheren und komfortablen Einsatz. Der mobile Hub-Tisch SHWE 35 Premium ist Ihnen ein praktischer Helfer bei mühelosen und ergonomischen Warenhandling.